In diesem Video sehen wir uns an, wie in SQL der Primärschlüssel automatisch erhöht werden kann. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir nun beginnen, möchte ich ein paar Worte zum Primärschlüssel noch erwähnen. Der Primärschlüssel ist ein Schlüssel, der jeden Datensatz einer Tabelle eindeutig identifiziert. Wenn man zum Beispiel eine Tabelle Kunden hat, kann es vorkommen, dass zwei oder mehr Kunden den gleichen Namen und Nachnamen haben. Anstatt nun die Kunden anhand ihrer Namen eindeutig zu identifizieren, was problematisch wäre, gibt man jeder Zeile, jedem Datensatz eine eindeutige Kennzeichnung, den Primärschlüssel. Die Verwendung von Primärschlüsseln, die sich nun automatisch erhöhen, bietet zahlreiche Vorteile. Die wirkungsvollsten Vorteile sind eine verbesserte Datenbankstabilität, sowie das Begrenzen von Fehlern, die durch das Ändern von Werten verursacht werden können. Kurzum, sie erleichtern das Leben und die Datenbankverwaltung. Und jetzt sehen wir uns an, wie man das in SQL erstellt. Dazu beginne ich mit einer neuen Tabelle und gebe nun diese eindeutige Nummer an. In unserem Beispiel möchte ich die Artikelnummer als eindeutig identifizierbare Spalte definieren. Als Datentyp gebe ich Integer an und nun ein weiteres Beschreibendesfeld, in diesem Fall der Name vom Artikel. Diesen erhält einen Endwatcher. Nun, als nächsten Schritt definiere ich die Artikelnummer als Primärschlüssel und im unteren Bereich der Eigenschaften gibt es nun die Bezeichnung Identity Specification. Ich öffne dieses Menü und wechsle von No auf Yes und gebe nun an die Identity Increment, sozusagen, um welche Anzahl sich die Eintragung erhöhen soll. In meinem Fall um jeweils 1. Ich kann auch noch die Identity Seed angeben, sozusagen die Startposition, mit der die Tabelle beginnt, dieser Primärschlüssel. Ich speichere die Tabelle ab als Artikel und werde nun einen Blick auf die Tabelle ausführen. Diese ist zunächst leer. Wir werden aber nun einen ersten Eintrag erfassen. Dazu gebe ich jetzt nur den Namen ein, beispielsweise ein Auto. Und wie wir sehen, wird automatisch bereits eine Artikelnummer erzeugt. Wenn wir nun einen zweiten Datensatz erfassen, zum Beispiel Flugzeug, erhöht sich die Artikelnummer auf 2 und auch das Flugzeug ist eindeutig gekennzeichnet. Ich kann nun die Erfassung schließen, die Abfrage ausführen und wie wir sehen, habe ich nun die eindeutigen Primärschlüssel für diese beiden Artikeln erzeugt. Ich kann auch die Erfassung über SQL machen mit einem Inset Into und wie man hier sieht, muss ich nur den Namen ausfüllen, um einen Eintrag zu erzeugen. Beispielsweise noch ein Fahrrad. Ich führe die Abfrage aus und wie wir sehen, wird nun automatisch ein weiterer Artikelschlüssel erzeugt. Wir können auch abschließend noch einen Blick auf das SQL-Statement werfen, wie denn diese Artikelnummer definiert ist. In diesem Fall wird die Artikelnummer mit dem Befehl Identity 1 und 1 definiert. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.